Ich möchte mal sagen, dass dieser Paragraf besonders diskriminierend ist für Christen. Und zwar müssen wir uns mal in die Lage des Gesetzgeber hineinversetzen, der sozusagen, nehmen wir mal an, dass wir einen wirklich, was ist der Grund, warum man so einen Paragrafen braucht. Dieser Paragraf sagt ja letztendlich, wir haben zwei Akteure. Wir haben auf der einen Seite zwischen Christen oder irgendwelche Leute in Weltanschauung oder Muslime und die werden durch eine bestimmte Äußerung zu einem bestimmten Handeln veranlasst. Und dieses Verhandeln ist so automatisiert, dass sie nicht in der Lage sind, dieses Verhalten zu verhindern. Denn die Verantwortung wird hier nicht bei den Tätern gesucht, die dann diesen öffentlichen Aufruhr gemacht wird, sondern das scheint ein Reflex zu sein, der nicht rational oder nicht irgendwie steuerbar ist. Deswegen, das ist ja wichtig, dass in der Öffentlichkeit Ordnung herrscht, dass nicht das Chaos ausbricht, muss man dafür sorgen, dass je Einzige, der verantwortlich tätig sein könnte, nämlich sozusagen der Ketzer, der ist derjenige, der noch Verantwortung übernehmen kann und der sein Handeln noch steuern kann. Dieser Ketzer kriegt jetzt die Verantwortung aufgebürdet, dass er den Christen, dem man ja einfach nur eine Bemerkung, ein Titelbild oder sonst irgendwas hinwerfen muss, damit der öffentliche Aufruhr losbricht, der ist in der Verantwortung, das zu verhindern. Und dieser Paragraf, wenn der notwendig ist, rational notwendig ist, dann diffamiert er alle Gläubigen, die überhaupt haben, Christen, Muslimen oder egal. Denn er sagt letztendlich, dass religiöse Menschen nicht in der Lage sind, vernünftig auf äußere Reise zu reagieren, dass sie quasi so eine Art Kindermädchen brauchen, dass jeder, der sie sozusagen irgendwie aufhetzen kann, dass der mehr Kontrolle über sein Verhalten hat, als sie selbst. Daher sollten Christen aufstehen und sagen, wir sind in der Lage, unser Verhalten zu kontrollieren und wir sind keine Verrückten, die einfach nur, weil irgendjemand mit einer Banane wedelt, dann hin und her rennen und sagen, hi, hat die heilige Banane gezeigt, das kann er nicht machen oder so. Sondern sie sagen, wir können unser Verhalten vernunftgesteuert handeln. Und diese Selbstdiffamierung der Christen, die muss man mal bewusst machen, damit das überhaupt immer klar wird, was das bedeutet.